Vielen Dank an die Zuhörer und besonders auch Sie, Herr Ertel, dass Sie jetzt im Rahmen der Nachhaltigkeitswochen einen Vortrag halten zum Thema Klima- und Artenschutz an der Hochschule Ravensburg-Weingarten, was ja sehr kurzfristig noch geändert wird, aufgrund einfach dieser aktuellen Situation, die sich jetzt ergeben hat. Da werden Sie sicher gleich auch noch mehr dazu sagen zu Ihnen. Sie sind bekannter Klimaaktivist hier im Raum Ravensburg, sind Dozent an der RWU und natürlich auch engagiert bei den Scientists for Future und ich freue mich, dass Sie sich auch bereit erklärt haben, hier heute ein Teil der Nachhaltigkeitswochen zu sein und somit das Thema auch nach außen zu tragen. Und damit würde ich dann direkt an Sie übergeben. Ach genau, kurz bevor ich es vergesse, das ist vielleicht noch ein wichtiger Hinweis von technischer Seite. Der Vortrag hier wird aufgezeichnet, somit haben dann auch Leute, die jetzt keine Zeit haben, später noch die Möglichkeit, sich das anzuhören. Und das bedeutet jetzt für alle, die Fragen haben oder sich einbringen möchten, ihr dürft es gerne tun. Wenn ihr jetzt sagt, ihr möchtet nicht in der Aufzeichnung erscheinen, könnt ihr euch auch einfach durch den Chat beteiligen. Und nach dem Vortrag von Herrn Ertl, der so circa eine halbe Stunde dauern wird, gibt es auch noch Raum für Fragen. Dieser Teil wird dann nicht aufgezeichnet. Also da kann sich dann jeder frei zu Wort melden. So, dann übergebe ich jetzt an Sie. Okay. Ja, hallo zusammen. Auch erst noch ein paar organisatorische Sachen. Erst einmal ein großes Dankeschön an das Orga-Team und alle Helfer, an Sie, Frau Steger und alle, die daran beteiligt waren. Ich muss sagen, es ist eine tolle oder zwei tolle Nachhaltigkeitswochen mit ganz vielen interessanten Vorträgen. Und ich werde mir auch einige davon auf jeden Fall anhören. Also ganz tolle Sache. Dann für die Zuhörer, falls jetzt jemand enttäuscht sein sollte, dass ich das Thema noch so kurz geändert habe. Das ursprüngliche Thema war ja Ravensburger Klimakonsens. Es wird eine oder sogar zwei Folien über den Ravensburger Klimakonsens auch dabei sein, weil die Hochschule Ravensburg-Weingarten hat ja vielleicht nicht nur Ravensburg im Namen. Okay, also ja, starten wir mal. Kurz zu meiner Person. Ich rede über meine berufliche, wissenschaftliche Seite nicht viel heute. Ich möchte in dem Kontext nur kurz sagen, dass ich seit 1998 in einem Passivhaus wohne. Das war das erste Passivhaus in ganz Oberschwaben. Das braucht etwa ein Viertel Energie im Vergleich zu einem gleich großen Niedrigenergiehaus. Und eigentlich hätte jetzt auf dieser Folie das neu gebaute, das heute Morgen neu gebaute Baumhaus drauf sein sollen, in dem ich eigentlich jetzt gern wohnen würde. Und eben dazu vielleicht noch kurz die Hintergründe. Und Sie sehen auf dieser Folie, das können Sie ja vielleicht auch lesen, schon unsere Forderungen und deswegen auch diese kurzfristige Änderung. Eigentlich war diese Baumhausaktion erst für in einer Woche geplant. Aber der Samuel, das ist der linke hier mit dem grünen T-Shirt, der hat noch diverse andere Baumhausaktionen vor in den nächsten Tagen. Und für den war es einfach praktischer, das jetzt diese Woche schon zu machen. Da habe ich gedacht, naja, wenn wir das schon heute machen, dann möchte ich auch über dieses Thema gleich jetzt vortragen. So, und also zu der Geschichte heute, das war ein ziemlich kurzweiliger, interessanter Tag. Um 4 Uhr haben wir uns getroffen heute Morgen im Mensapark, hatten uns gestern einen Baum ausgesucht. Und leider ist dann, als ich mit dem Fahrrad die Dockenridge-Straße hochgefahren bin, sind gleich mal drei Polizeiautos an mir vorbeigefahren und haben dann auch genau am Mensapark angehalten, sind ausgestiegen und haben uns dann leider nicht Baumhaus bauen lassen. Dann, naja, dann gab es einen Platzverweis für die zwei Aktivisten, übrigens nicht für mich. Ich weiß auch nicht, bei Professoren traut man sich das vielleicht nicht. Die offizielle Begründung war, ja, weil ich ja hier auf dem Campus heute vielleicht noch arbeiten muss, können Sie mir da keinen Platzverweis erteilen. Jedenfalls war der Platzverweis aber nur für den Mensapark, zum Glück. Und dann habe ich zum Samuel und zum Basti, der jetzt auf dem Foto leider nicht drauf ist, gesagt, kommt doch mal mit in mein Büro. Und dann haben wir uns in meinem Büro beraten. Was wir denn jetzt machen, war natürlich schon frustrierend. Alles vorbereitet und so weiter. Und dann schickt einen die Polizei wieder weg. Und ja, und dann haben wir überlegt, ob wir vielleicht morgen irgendwo noch ein Baumhaus bauen. Aber erstens wird das Wetter richtig übel morgen. Und zweitens werden wir seit heute Morgen um vier von der Polizei überwacht. Die stehen immer noch hier mit dem Einsatzfahrzeug vor meinem Büro und überwachen uns. Also ich bin wohl jetzt ein Schwerverbrecher geworden. Und wie nur Samuel ist das ja ohnehin schon lang. Ja, jetzt lassen Sie mich mal erzählen, warum wir da so verrückte Aktionen machen. Warum muss der Professor auf den Baum steigen? Ja, und das möchte ich jetzt einmal erklären. Also Problem Nummer eins, das wir haben an unserer Hochschule, ist, dass die Heizungen in allen Hörsälen im Winter etwa zwei Monate lang umsonst laufen. Denn Hörsäle sollte man ja vielleicht nur dann beheizen, wenn Menschen drin sind. Das sind im Herbst etwa zwei Wochen, nämlich Ende September. Da wird es ja dann auch schon kühler. An Weihnachten zwei Wochen. Da ist es natürlich meistens richtig kalt. Und im Frühjahr von Mitte Februar bis Mitte März sind es nochmal etwa vier Wochen, wo man praktisch alle Hörsäle nicht braucht. Und ich meine, man kann es sich kaum vorstellen. Und ich habe übrigens die ersten 15 Jahre, als ich hier war, wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass die Hörsäle durchgeheizt werden, wenn man sie nicht benutzt. Bis ich das durch Zufall einmal entdeckt habe, in den Weihnachtsferien, irgendwie war ich mal in der Hörsaal. Und seitdem, das war vor, keine Ahnung, irgendwie 10, 15 Jahren, versuche ich die Hochschule dazu zu bewegen, dass man doch die Heizungen ausmacht. Und wir haben viele Hörsäle. Ich weiß nicht die genaue Zahl, aber was weiß ich, 30 bis 50, irgend so was in der Größenordnung. Und die sind richtig groß. Jeder Hörsaal hat einen Heizenergieverbrauch, vergleichbar mit einem ordentlich großen Einfamilienhaus. Also da geht schon richtig was zum Kamin raus. Ja, und ich meine, das ist einfach eine Verschwendung von Steuergeldern. Das kostet ja auch richtig viel und es ist Umweltverschmutzung. So, jetzt diese Vorgeschichte. Gut, habe ich schon gesagt, seit 10 Jahren versuche ich das etwa. Und dann bin ich dann immer zum technischen Betrieb gegangen und habe darum gebeten, dass man doch vielleicht vor den Weihnachtsferien die Heizungen in allen Hörsälen abdreht. Und dann kam immer die Antwort, oh nö, das geht ja nicht. Der technische Betrieb, der ist leider überlastet. Also das kann man den Hausmeistern offenbar nicht zumuten. Ich habe übrigens über mehrere Jahre, bin ich immer am Heiligabend vormittags hier hochgekommen und habe in möglichst vielen Hörsälen selber in jedem Hörsaal 15 Heizkörperventile zugedreht. Irgendwann habe ich keine Lust mehr gehabt dazu. Und habe dann auch gesagt, Leute, vielleicht kann man da ja was installieren, irgendeine technische Lösung, dass das automatisiert wird und so weiter. Und dann war eben die Antwort, das Amt für Vermögen und Bau ist zuständig. Und ich finde, das geht eigentlich nicht, dass das zu einem Mitarbeiter hier, dass man sagt, Amt für Vermögen und Bau ist zuständig. Das geht mich nichts an, weil das ist nicht mein Dienstweg. Das Amt für Vermögen und Bau, das ist im Landesbetrieb Baden-Württemberg wo ganz anders angesiedelt. Es gibt in Stuttgart auf der einen Seite das Finanzministerium und dann gibt es das MWK, das Wissenschafts- und Kunstministerium. Und wir gehören zum MWK und das Amt für Vermögen und Bau gehört zum Finanzministerium. Das ist ein völlig anderer Branche. Aber die sind tatsächlich zuständig für die Bewirtschaftung aller Liegenschaften des Landes auch für unsere, nicht aller, fast aller. Bei den Universitäten ist es zum Beispiel nicht so. Okay, aber dann irgendwann haben wir gesagt, ja alles klar, dann reden wir mal mit dem Amt für Vermögen und Bau. Und dann kam diese Antwort. Die sind auch überlastet und können da nichts machen. Naja, also dann, ich habe es ja schon gesagt, ich habe ja selber von Hand viele Hörsäle immer die Halskörper ausgeschaltet. Und dann haben wir, und zwar hier an unserem Institut für Künstliche Intelligenz, da haben wir viele kluge Informatiker, Elektrotechniker, Mechatroniker und da haben wir mal gesagt miteinander, komm, wir probieren das einfach mal aus. Wir haben uns dann mehr oder weniger illegal, durften wir gar nicht, zwei so WLAN-Heizkörperthermostate gekauft und haben die an unseren Gruppenkalender, den Google-Kalender angeschlossen. Und immer dann, wenn ein Termin in dem Besprechungsraum war, wurde die Heizung automatisch hochgefahren und dann wieder automatisch runter. So etwas kann man heute machen. Aber man darf es nicht machen. Das ist das Problem in dieser Institution. Also das geht gar nicht, dass man hier selber irgendwie was entwickelt und dann installiert. 2014 bis 2018 war ich Nachhaltigkeitsbeauftragter hier an der Hochschule und ich hatte das große Glück, eine Referentin für nachhaltige Entwicklung noch zu haben. Das war eine 50-Prozent-Stelle und so jemand hat natürlich viel mehr Zeit als ein Prof, der das neben seiner Lehre und Forschung noch macht. Und ja, mit dieser Referentin zusammen haben wir dann versucht, also wir haben eine ganz tolle Vortragsreihe gestartet zu nachhaltiger Entwicklung und das war für die Nachhaltigkeit an der Hochschule ein ganz großer Gewinn. Wir hatten regelmäßig, also über das Semester verteilt, sechs, acht, zehn sehr gute Vorträge und Referenten teilweise. Es war einfach toll. Aber man braucht jemanden, der das organisiert, der das plant und macht. Ja, wir haben da also Vortragsreihe und natürlich und hier jetzt Zitat aus dem Hochschulrat. Da habe ich auch mal berichtet im Hochschulrat und dann hat ein Hochschulratsmitglied gesagt, es ist die Pflicht der Hochschulen, beim Thema Nachhaltigkeit eine Vorreiterrolle einzunehmen. Und das hat mir natürlich richtig gut getan. Und ich meine, natürlich hat er da auch absolut recht gehabt. Übrigens, im Leitbild der Hochschule steht die Nachhaltigkeit auch ganz prominent mit drin. Okay, jedenfalls haben wir dann überlegt, wie wir vielleicht doch irgendwie Heizenergie sparen können. Uns war ja schon bewusst, wie schwierig diese ganzen Prozesse sind. Und ach ja, eins muss ich jetzt nur sagen zu diesem Verhältnis Hochschule, Amt für Vermögen und Bau. Und zwar, das Amt für Vermögen und Bau ist ja eben für den Betrieb zuständig, auch für die Heizungen. Und das Amt für Vermögen und Bau bezahlt auch die Heizkosten. Ist ja toll, haben wir kein Problem damit. Aber die andere Seite ist die, wenn wir bei uns Heizkosten einsparen, dann profitieren wir nicht von dem eingesparten Geld. Und da geht es um viel Geld. Und das ist natürlich einfach blöd. Was meinen Sie, warum viele Schwaben versuchen, Energie zu sparen? Ja, vor allem wegen dem Geldbeutel. Und das ist bei so einer öffentlichen Einrichtung nicht anders. Vielleicht sogar noch extremer. Weil ich meine, die meisten Mitarbeiter interessieren sich doch nicht dafür, ob im Büro Energie gespart wird. Da muss schon von der Leitung her ein bisschen Druck kommen. Das ist das eigentliche Problem, dass wir die Bewirtschaftung, was Energie betrifft, nicht selber in der Hand haben. Und deswegen nicht von Einsparungen profitieren können. Also das ist ein ganz zentraler Teil von dem Problem. Aber das werden wir von heute auf morgen nicht beseitigen, weil diese Strukturen, die sind zementiert. Okay, dann haben wir gesagt, okay, lasst uns ein Projekt starten. Wir hatten eine Projektidee mit drei Hochschulen und zwei Ministerien. Also hier sieht man unsere Hochschule, dann Biberach, Offenburg und Stuttgart. Und in Biberach und Offenburg, in Biberach wird Architektur und Bauingenieurwesen gelehrt. Und da gibt es auch einen Lehrstuhl, Professor Becker, der sich mit so Gebäudesteuerungen befasst und sehr gut auskennt. In Offenburg eine ähnliche Geschichte und Stuttgart weiß ich es nicht mehr so genau. Jedenfalls, wir vier Hochschulen haben gesagt, lasst uns doch ein Projekt starten und lasst uns auf die Ministerien zugehen, an denen wir dranhängen. Denn die müssten doch eigentlich daran interessiert sein, wenn wir an vielen Hochschulen im Land richtig Geld sparen. Wir haben einen Workshop organisiert im Schwarzwald, wo dann auch Vertreter von den Ministerien da waren und von Vermögen und Bau. Und wir Professoren haben vorgestellt, was wir machen wollen, was man sparen kann, wie viel Geld man sparen kann und so weiter. Und am Ende haben die Ministerialbeamten überhaupt nicht reagiert. Erst auf Druck von unserer Seite wurde dann uns versprochen, nach drei Wochen Bedenkzeit würden wir wieder hören. Wir haben nichts gehört. Ein halbes Jahr lang telefoniert und E-Mails sind immer ignoriert und abgeblockt worden. Das ist die typische Beamtenstrategie, wenn man ein Projekt an die Wand fahren will. Man blockiert halt so lange, bis die andere Seite keine Lust mehr hat. So ist dieses Projekt leider. Es war eine ganz tolle Idee, aber ist leider nie zustande gekommen. Übrigens der Kollege aus Offenburg, der, der, ich meine, klar, der hat dem sein Lehrgebiet ist, Gebäudeenergie, Technik, der ist da ohnehin dran an dem Thema immer. Der hat mir vor zwei Jahren oder so erzählt, ja, jetzt kriegt er vielleicht ein Projekt mit dem Land und dann, wenn das Projekt fertig ist, wird an allen Hochschulen Energiemanagement gemacht. Bis heute habe ich nichts davon gehört. Okay, gut. Also zu den Fakten und Zahlen. Hier haben wir die Energiekosten unserer Hochschule vom Jahr 2013. Das war eben in der Zeit, als ich Nachhaltigkeitsbeauftragter war. Und da habe ich mir die Zahlen nochmal besorgt. 197.000 Euro Heizen und 230.000 etwa Strom macht 427.000 Euro etwa. Wenn man jetzt ein bisschen Energiemanagement betreiben würde, könnte man vermutlich 25 Prozent einsparen von diesen Kosten. Und dann sind wir bei über 100.000 Euro pro Jahr. Das ist doch ein ordentlicher Betrag. Damit kann man fast zwei Assistentenstellen finanzieren, von denen vielleicht eine oder einer das Energiemanagement übernehmen könnte. Und die 25 Prozent, die sind durchaus realistisch. Eben auch unsere Fachleute aus Biberach, die haben sogar gesagt, man könnte in so Hochschulgebäuden bis zu 70 Prozent Energieverbrauch einsparen. Okay, gut. Ja, jetzt mal vielleicht kurz ein paar Worte zur wissenschaftlichen Seite von dem Ganzen. Ich engagiere mich ja auch bei den Scientists for Future, wie eine ganze Menge anderer Kollegen. Übrigens, genau, Sie sehen vielleicht in der Teilnehmerliste, da ist der Markus Pfeil auch dabei. Das ist der neue, derzeitige Nachhaltigkeitsbeauftragter, quasi mein Nachfolger, der nächste Woche auch Vortrag hält, werden wir nachher noch sehen. Genau, also. Ah, sorry, diese Überschrift hier, die stimmt nicht. Ja, ich werde jetzt keinen Vortrag über Klimawandel machen, keine Sorge. Aber nur ein Fakt, der Klimawandel ist heute schon, und zwar auch in Deutschland, die Ursache für mehr Tote pro Jahr als Corona. Und zwar, es gibt eine wissenschaftliche Veröffentlichung, die besagt, dass wir eben durch Klimawandel bedingt 165.000 zusätzliche Todesfälle pro Jahr durch Klimawandel haben. Natürlich ist es nicht so wie bei Corona, dass man dann sagen kann, der ist an Klimawandel gestorben. Sondern an irgendwelchen anderen Folgen durch den Klimawandel. Und wenn Sie das genauer wissen wollen, da ist auch im Rahmen von dieser Reihe, nächsten Mittwoch, trägt der Stefan Frisch vor. Das ist ein Mediziner, übrigens auch Mitglied bei uns Scientists for Future. Er trägt über genau das Thema vor. Da bin ich mal gespannt, was er erzählen wird. Okay, so, jetzt kommt die Klimakonsensfolie für all die, die eben lieber Klimakonsensvortrag gehört hätten. Also für die Klimakommission habe ich gerechnet, wie viel CO2 die Stadt Ravensburg reduzieren muss, damit sie ihren gerechten Beitrag zum Klimaschutz leistet. Ich meine, das sind relativ einfache Rechnungen. Im Prinzip geht es ja darum, die ganze Welt hat heute noch ein CO2-Budget. Also die Klimaforscher, die wissen ziemlich genau, wie viel CO2 wir noch in die Atmosphäre rauslassen dürfen und dann ist aber genug. Das ist einfach eine gesamte Menge. Da kommt es gar nicht so drauf an, wann wir das ausstoßen, sondern es geht nur um die Summe. Und diese Summe sind weltweit etwa 300 Gigatonnen. Das ist das Budget, was man noch ausstoßen darf. So, und dieses Budget, das habe ich einfach genommen, durch 7,7 Milliarden Menschen geteilt. Dann wissen wir, wie viel Budget auf einen Menschen kommt. Und dann mit 50.000 Mal genommen, das ist die Zahl der Ravensburger. Und dann kommen wir auf drei Millionen Tonnen. Merken Sie sich die Zahl kurz. Drei Millionen Tonnen. So, und jetzt schauen wir das Diagramm hier an. Da ist zum einen nach rechts die Zeit aufgetragen. Von jetzt bis 2050 und nach oben die Kilotonnen CO2. Also wenn wir hier bei 440 sind, dann sind das, das ist der derzeitige CO2-Ausstoß in Ravensburg. 440.000 Tonnen pro Jahr. Wobei, das könnten auch 500.000 oder 600.000 sein. Die Zahlen, die schwanken ziemlich stark. Man weiß es nicht genau. Aber von irgendwas muss man ja mal ausgehen. So, und wenn wir jetzt die drei Millionen nehmen, die Ravensburg noch als Budget hat und das durch 440.000 teilt, dann kommt man auf etwa sieben Jahre. Das heißt, wenn wir dieses Diagramm hier anschauen, sehen Sie mal einen Cursor hier oben in dem Diagramm. Also siebeneinhalb Jahre von jetzt, das wäre etwa hier. Und das wäre die einfache Rechnung, wenn wir Business as usual weitermachen, also immer 440.000 Tonnen ausstoßen, dann reicht es siebeneinhalb Jahre. Aber dann muss man senkrecht abstürzen. Das heißt, dann von einem Tag auf den nächsten kein CO2 mehr ausstoßen. Völlig unrealistisch. Deswegen macht man typischerweise so exponentielle Ausstiegspfade. Und das kann man ausrechnen. Die Fläche unter der blauen Kurve ist genauso groß wie die unter dem siebeneinhalb Jahre. So, und wenn man die blaue Kurve nimmt, und hier steht es, dann bedeutet es 13,3% weniger CO2 jedes Jahr im Vergleich zum Vorjahr. Allerdings hat man dann nur eine 50% Sicherheit, das 1,5 Grad Ziel noch zu erreichen. Das ist natürlich gar nicht toll. Also ich meine, so in Corona-Zeiten, ich glaube, wir wären nicht begeistert, wenn wir eine Impfung hätten, die nicht 95% Sicherheit bietet, sondern nur 50% Sicherheit. Also bei solchen Sachen, da möchte man eine Sicherheit haben, sehr nah an 100%. Beim Klimawandel wird typischerweise nur die 50% Sicherheit gefordert. Es gibt aber von den Klimaforschern auch die Zahlen für 67%, also zwei Drittel Sicherheit. Da, das habe ich dann auch gerechnet, da müssten wir 19% CO2 pro Jahr reduzieren in Ravensburg. Und das wäre die rote Kurve. So, ich meine, beides ist richtig anspruchsvoll, weil für so eine große, komplexe Stadt, wie erreicht man das, dass die so schnell das CO2 reduziert? Und tatsächlich hat dieser Ravensburger Klimakonsens einen inhärenten, eingebauten Widerspruch. Einerseits hat der Gemeinderat beschlossen, übrigens dieses blaue, die 13,3%, die hat der Gemeinderat übrigens einstimmig beschlossen. Auch die nicht so grünen Parteien haben da zugestimmt. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, die davon zu überzeugen. Vielleicht auch durch diese tolle Zusammenarbeit von Scientists for Future und Fridays for Future. Weil es waren auch Fridays-Aktivisten in der Klimakommission mit dabei. Und in der letzten Sitzung ging es um diese Abstimmung. Und tatsächlich hätte die Stadt dieses Thema Ausstiegspfad komplett ignoriert. Obwohl der Herr Bastin, der Baubürgermeister, mich gebeten hat, es auszurechnen. Dann haben wir uns abgesprochen vor der Sitzung, die Aktivisten und ich. Und ich habe denen gesagt, hey Leute, schaut her, ich habe das gerechnet, so und so, 13% oder 19% müsste die Stadt reduzieren. Aber die wollen mich nicht vortragen lassen. Dann sind die Aktivisten gekommen und haben gesagt, wir gehen jetzt rein und sagen das dem RAB. Und wir drohen dem RAB an, dass wir sofort die Sitzung verlassen und alles demonstrieren und blockieren, wenn der Erdl nicht reden darf. Dann durfte ich das vorstellen. Und dann wurde einstimmig zugestimmt. Vom Klimakommission und vom Gemeinderat auch noch. Das ist die gute Nachricht und das ist auch der Hebel, den wir heute in der Hand haben. Die schlechte Nachricht ist, erstens, die Maßnahmenpakete sind so schwammig formuliert und überhaupt nicht verbindlich. Und es sind viel zu wenig inkonsequente Maßnahmen. Damit wird man niemals dieses Ziel erreichen. Und der erste, beste Beweis ist der, dass bis heute noch nichts passiert ist. Diese Entscheidung vom Gemeinderat, die war Ende Juli 2020. Jetzt ist bald ein Jahr vorbei. Und wir hätten eigentlich jetzt richtig große Anstrengungen gebraucht. Und es ist tatsächlich im Prinzip nichts passiert. Ja, so sieht es in Ravensburg aus. Jetzt aber wieder zurück zu unserer Hochschule. Und übrigens, die Hochschule heißt ja Ravensburg-Weingarten. Also hat ja mit Ravensburg vielleicht noch mehr zu tun als bloß den Namen. Und ja, und das hat sie tatsächlich. Ich war als Hochschulvertreter in der Klimakommission. Und die Verwaltung hat zu Recht gefordert, dass wir Hochschulen auch unseren Beitrag leisten zum Klimaschutz. Zum Beispiel eine Vortragsreihe planen. Aber auch sollten wir Hochschulen halt ein bisschen Vorbild sein. Und deswegen möchte ich einfach diese Forderung übernehmen. 19% CO2-Reduktion pro Jahr. Wenn das die ganze Stadt Ravensburg schaffen kann oder soll, ja dann vielleicht unsere Hightech-Hochschule auch, wo das gebündelte Wissen über die Technik eigentlich alles versammelt ist. Okay, und jetzt ganz konkret, meine wichtigste Forderung ist eben, dass wir endlich einmal eine automatische Heizungssteuerung für alle Hörsäle und zwar jetzt zum kommenden Wintersemester installieren. Okay, das ist natürlich sportlich, wenn man die ganzen Behörden kennt und weiß, wie träge so eine Behörde agiert und ist. Aber ich meine, der Klimawandel, der wartet halt nicht. Und wir alle wissen, es ist nicht fünf vor zwölf, sondern fünf Sekunden vor zwölf. Wir müssen jetzt handeln. Und wir können nicht noch viele Jahre warten, bis wir dann so langsam in die Gänge kommen. Und, sorry, ich habe den Vortrag jetzt heute schon für die Presse schon dreimal gehalten. Habe ich jetzt, habe ich das schon, nein, das habe ich hier jetzt noch nicht erzählt. Die Idee ist die, dass im LSF, das ist quasi die Datenbank, Lehre, Studium, Forschung, wo auch alle Stundenpläne von allen Hörsälen hinterlegt sind. Und die Idee ist, dass man WLAN-Heizkörperthermostate oder auch per Kabel angesteuerte neue Heizkörperthermostate installiert, sodass dann eben die Hörsäle nur dann beheizt werden, wenn wirklich Vorlesungen sind. Und man würde an allen Wochenenden und in allen Ferienzeiten ganz schön viel Energie sparen. Wenn das nicht gemacht wird, dann fordere ich alternativ, dass halt irgendwelche Hausmeister immer reingehen und am Freitagabend die Heizung abdrehen und am Montag um vier morgens oder so wieder kommen und aufdrehen. Vielleicht wäre es ja auch gut, Sie wissen, das Verfassungsgericht hat jetzt unsere Bundesregierung dazu verurteilt, Klimaschutz zu betreiben. Vielleicht müsste uns ja auch einmal jemand verurteilen, Klimaschutz zu betreiben und dann entweder manuell oder man automatisiert es halt. So, es gibt aber natürlich noch mehr Dinge, zum Beispiel Wärmedämmung. Wir haben einige ganz schlecht gedämmte Gebäude im Hochschulcampus. Das Hauptgebäude, das ist ziemlich groß. Und dann ganz schlimm sind das T- und das K-Gebäude. Also ich sitze hier im K-Gebäude und tatsächlich, das ist so ein einfaches Barackengebäude, wurde nur für 20 Jahre Lebensdauer gebaut, ist jetzt schon, ich glaube, an die 30 Jahre alt. Und die Außenwände, die sind etwa 10 Zentimeter dick. Also das ist ein Unding, das ist eigentlich heute überhaupt nicht mehr akzeptabel. Okay, gut. Dann möchte ich jetzt noch auf ein anderes Problem zu sprechen kommen. Im Titel hieß es ja auch schon Artenschutz. Und die Wiesen auf unserem Campus, die werden acht bis zehnmal pro Jahr gemäht und Unkraut gejätet. So, und das ist, was Artenschutz betrifft, nicht angemessen. Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir Golf spielen auf diesen Wiesen, sondern, ich meine, diese Wiesen kann man doch nutzen, sodass dann Insekten gute Lebensbedingungen haben. Sie wissen, das Artensterben ist in vollem Gange. Die Insektenpopulationen sind dramatisch zusammengebrochen. Und das ist doch, wir haben viele Hektar Grünflächen um den Campus und das ist eine tolle Sache. Und warum kann man das nicht ökologisch betreiben? So, und jetzt ökologisch betreiben, was heißt das? Um wie viel ist das teurer? Ja, da möchte ich jetzt eben auch noch drüber reden. Das Nächste ist eben, dass diese wahnsinnig lauten Rasenmäher-Maschinen, da kann man keine Vorlesung mehr halten, wenn die am Haus vorbeifahren. Genau, und die Laubbläser, das Nächste ist ein Unding, es ist unglaublich, wie wir da belästigt werden. Und es ist eine Verschwendung von Steuergeldern. Wir haben eine Biologin konsultiert, mit der sind wir über den ganzen Campus gegangen. Die hat sich alles angeschaut und die hat gesagt, zwei bis dreimal pro Jahr mähen. Wir würden richtig viel Geld sparen. Da kommt immer eine ganze Armee von Gartenarbeitern, die vor allem Unkrautjäten in irgendwelchen Rosenbeeten. Die Biologin hat gesagt, die Rosenbeete sind ökologisch gar nichts Tolles. Da wäre es besser, wenn man da Rasen ansäht in den Rosenbeeten und wäre viel billiger. Genau, also, genau. Und neben dem Insektensterben werden auch noch die Böden zerstört, wenn man eben diese Wiesen und so weiter nicht ökologisch bewirtschaftet. Böden, gute organische Böden, also mit viel organischem Material drin leben. Und organisches Material, das sind Kohlenwasserstoffe, da ist viel Kohlenstoff drin. Letztlich sind gute Böden einer der besten CO2-Speicher auf diesem Planeten. Auch gegen Klimaschutz würde man was tun an der Stelle. Und deswegen ist diese nächste Forderung, wir brauchen eine biologische Grünflächenbewirtschaftung, und zwar ab sofort für diese vielen Hektar. Nur zwei- bis dreimal pro Jahr mähen, keine Rosenbeete und eventuell sogar Schafe und Kühe weiden lassen. Klar, das ist jetzt eine lustige Idee, aber die Biologin, die hat das gesagt, das könnte man doch machen. Übrigens, der Herr vom Amt für Vermögen und Bau, der damals dabei war, der hat dann auch gelächelt und hat gesagt, ja, das könnte man ja machen. Aber es ist leider beim Konjunktiv geblieben. Und da kommt das nächste bürokratische Problem ins Spiel. Den Beamten fällt immer irgendein Grund ein, weshalb es nicht geht. Die Vergabe von diesen Aufträgen an irgendwelche Gartenbauunternehmen, das erfolgt immer im Fünfjahresplan. Also Planwirtschaft. Es ist wirklich Planwirtschaft par excellence. Für fünf Jahre wird der Auftrag vergeben an eine Firma, und dann steht genau drin und ihr müsst eben so acht bis zehnmal pro Jahr mähen und dafür kriegen die das Geld und dann machen die das. Und wenn man dann zum Schluss kommt, das ist nicht ökologisch, dann muss man fünf Jahre warten. Wir hatten übrigens hier, also ich kann die Kamera nochmal kurz hier rauszeigen lassen. Sie sehen da diese Wiesen hier beim TLK-Bereich. Ja, sorry, jetzt bin ich gerade rausgekommen. Was wollte ich jetzt sagen? Wo waren wir denn gerade? Ach, Vergabeverfahren. Danke, Markus. Ja, diese Fünfjahrespläne. Hier im TLK-Bereich, da war gerade, als wir mit dem Herrn gesprochen hatten, so eine Fünfjahresfrist um und er hat gesagt, ja, ich mache jetzt eine neue Vergabe und dann machen wir das dann so. Pfeifferdeckel fällt mir da bloß ein. Im Jahr drauf, also man hat dann, er hat gesagt, ja, aber am Rand entlang muss so ein 3-Meter-Streifen, da muss man oft mähen. Ich weiß zwar nicht warum, aber dann haben wir uns auf so einen Kompromiss geeinigt. Nur leider war es dann halt so, dass dieser 3-Meter-Streifen etwa 50 Meter breit war und man hat in der Mitte einen kleinen quadratischen Fleck Gras stehen lassen, der vielleicht nur zwei bis drei Mal im Jahr gemäht wird. Also so ein Alibi-Öko-Fleck hat man in dem Rasen stehen lassen. Und ich meine, da muss ich einfach sagen, mir tut es einfach weh, wenn da einfach Steuergelder verschwendet werden, um der Umwelt zu schaden. So etwas, das darf einfach nicht sein. Okay, es gibt noch ein paar weitere Wünsche zur Nachhaltigkeit an der Hochschule. Wir werden, Markus, du kannst es ja nachher vielleicht noch korrigieren, ich glaube, wir werden Mitte des Jahres eine halbe Stelle für eine neue Referentin oder Referent bekommen für Nachhaltigkeit. Ich würde mir natürlich eine 100-Prozent-Stelle wünschen und dann könnten nämlich die Hälfte der Stelle zum Beispiel Vorträge organisieren und die andere Hälfte könnte sich um Energiemanagement und ähnliche Dinge kümmern. Und natürlich das Thema Stromsparen ist auch ganz wichtig. Die vielen Rechner, die bei uns stehen und so weiter. Auch da gibt es durchaus noch Luft nach oben und das ganze Rechenzentrum und so weiter. Dann ein ganz interessantes Thema Mobilitätsmanagement für Studierende, was man auch schon längst hätte angehen sollen. Ich meine, da wurden auch schon so erste Ansätze für so Smartphone-Apps entwickelt. Leider ist das irgendwie wieder im Sande verlaufen. Das ist klar, wenn ein Student halt mal was macht, dann ist das nicht ganz fertig und dann stirbt es wieder, wenn da niemand dran bleibt. Und man muss halt auch Geld in die Hand nehmen, weil sowas muss professionell gemacht werden und da muss man halt Geld in die Hand nehmen. Die Idee ist ja auch ganz einfach. Mehr als die Hälfte unserer Studierenden pendelt in Nicht-Corona-Zeiten täglich mit dem Auto von Wangen, Friedrichshafen, Biberach und sonst wo an die Hochschule. Und ganz viele davon fahren allein mit ihrem Auto, weil es bequem ist und vielleicht auch, weil man gar nicht weiß, dass heute um 9.45 Uhr irgendjemand anders aus der gleichen Stadt auch Vorlesung hat. Und über so eine App könnte man natürlich genau die richtigen Leute zusammenbringen und so weiter. Dann ein Thema, ein ganz heißes Thema, kenne ich aus Ravensburg, Parkraumbewirtschaftung. Wir könnten ja zum Beispiel das Parken kostenpflichtig machen. Das kostet einfach und das würde vielleicht die Studierenden mit motivieren, nicht allein im Auto zu fahren. Wenn man zu viert im Auto fährt, ist das Parken auch um einen Faktor 4 billiger. Und dann gibt es natürlich noch so dieses EMA oder GWÖ-Thema, EMAs oder GWÖ-Thema. EMAs, das ist so ein Energiemanagement-Zertifizierungsschema von der EU. Und damit könnte man an unserer Hochschule einen Prozess in Richtung mehr Nachhaltigkeit starten, auch Bewusstsein von den Mitarbeitern und so weiter und so weiter. Und GWÖ-Zertifizierung, das ist Gemeinwohlökonomie, da kann man sich auch zertifizieren lassen als Firma oder als Hochschule. So etwas, das würde uns einfach gut tun, wenn man solche Prozesse starten würde. Aber auch da muss man Geld in die Hand nehmen. Da braucht man richtig Personal, um so etwas zu starten. Okay, Entschuldigung, ich möchte ganz kurz unterbrechen, weil ich möchte jetzt noch den Samuel kurz verabschieden, dem wir es ja zu verdanken haben, dass es heute diese tolle Aktion gab und dass auch die Presse da war. Das habe ich noch gar nicht erzählt. Es war die dpa da, der SWR war da, der Südkurier war da, Radio 7 war da. Aber ich glaube, ich habe noch ein paar weitere vergessen. Und das ist einfach diese tolle Zusammenarbeit mit den Aktivisten. Wir brauchen, wir Scientists, wir brauchen die Aktivisten, um Presse zu kriegen. Und die Aktivisten sind auch manchmal froh, wenn wir ein Positionspapier schreiben mit unserem wissenschaftlichen Background und so weiter. Samuel, komm doch mal kurz noch schnell in die Kamera. Und da, Basti auch, komm beide her. Und da, hier geht auch über den Chat schon großes Dankeschön für euren Einsatz. So, also genau, hier, da seht ihr euch. Also komm her, Basti. Ja, genau. Okay. Genau, ja, die beiden, die gehen jetzt wieder. Und ja, ich glaube, ich kann schon sagen, dass man den Samuel auch in der Zukunft noch ab und zu in der Presse sehen wird. Ja, viel mehr wird man dann der Presse entnehmen können. Okay, also vielen Dank. War eine coole Sache heute. Ja, okay. Tschüss. Also ihr habt jetzt alles hier gefunden. Die Sachen holst du ein anderes Mal, oder? Ja, okay. Gut. Alles klar. Tschüss. Okay, ja, damit bin ich eigentlich durch und möchte jetzt noch verweisen auf den Vortrag, den der Markus Pfeil nächsten Dienstag hält. Und wenn man den Titel anschaut, dann geht es in eine ganz ähnliche Richtung, wie das, was ich jetzt erzählt habe. Also, ja, vermutlich geht es um die gleiche Problematik, mit der wir viel zu kämpfen haben und bei der wir viel Frust auch einstecken müssen. Okay, ja, genau. Ja, jetzt, genau. Eigentlich wollte ich diese Frage Ihnen stellen, also insbesondere an Sie, Studierende, ob Sie nicht Lust hätten, uns auf dem Baumhaus mal abzulösen, das wir heute Morgen gebaut hätten, wenn die Polizei uns nicht daran gehindert hätte. Aber das gibt es jetzt nicht, das Baumhaus. Aber trotzdem, es geht ja nicht um Spaß am Baum übernachten, sondern es geht um die Sache. Und ich würde mir wünschen, dass wir, wir Professoren und Mitarbeiter zusammen mit Ihnen, mit den Studierenden uns zusammentun. Denn gemeinsam können wir einfach mehr bewirken und wissen Sie, das ist wie in jedem Betrieb. Wenn ich als Mitarbeiter komme und irgendwelche Wünsche habe, dann wird das halt manchmal überhört. Wenn aber Sie, Sie Studierende, Sie sind unsere Kunden, wenn viele Studierende zum Rektor gehen und sagen, übrigens, was ich da gehört habe, das macht die Hochschule gar nicht attraktiv. Andere Hochschulen, die sind da besser. So was, das kommt vielleicht. Oder sagen wir mal so, es hilft uns einfach, da ein bisschen voranzukommen in diesem sehr trägen bürokratischen Landesbetrieb. Okay, genau. Und wenn Sie, wenn Sie da irgendwelche Ideen haben, mit uns was zusammen machen wollen, schreiben Sie mir einfach eine E-Mail. Oder wenn Sie mit dem Samuel was machen wollen, auf der Homepage von dem Klimacamp finden Sie auch die Kontaktdaten. Die machen übrigens oben im Altdorfer Wald, ich glaube, jedes Wochenende gibt es so Kurse, Skillsharing. Und die sind umsonst, das kostet gar nichts und da kann man richtig coole Sachen lernen. Also wie man auf Bäume klettert, wie man ein Baumhaus baut, aber bis hin zu den juristischen Seiten. Ja, was macht man denn, wenn die Polizei kommt und wenn die einen ausfragen, darf man die Aussage verweigern, muss man die Personalien angeben und lauter so Zeug. Also da kann man ganz interessante Dinge lernen. Ja, damit bin ich durch und gespannt auf Ihre Fragen. Sie dürfen übrigens auch das Mikro kurzen, um Fragen zu stellen. Genau, dann nutze ich noch kurz den Moment, um mich bei Ihnen zu bedanken für den Vortrag und ja, auch zu hören, dass Sie auch vor ähnlichen Herausforderungen stehen, wie wir Studierende. Ich sehe auch im Chat, es sind auch einige aus der Umwelt AG dabei und uns beschäftigt das Thema ja auch, wie wir unsere Hochschule einfach auch mitgestalten können. Und das hat mich jetzt auch ermutigt, dass Sie auch gesagt haben, ja, durch die Zusammenarbeit, dass man sich einfach noch mehr zusammentun muss, weil alleine ist so eine Veränderung wirklich schwierig. Und genau, ich sehe jetzt auch schon, dass die Clara was geschrieben hat und alle, die Fragen haben oder auch Anmerkungen, dürfen sich gerne auch mit dem Mikrofon beteiligen. Okay, also, über welche Ansprechpersonen haben wir als Studierende den größten Hebel? Wo sollten wir, naja, ich meine, ich habe es ja geschildert, es ist ein ganz schwieriges, komplexes Konstrukt. Und im schlimmsten Fall passiert es Ihnen, wenn Sie irgendwo zum technischen Betrieb oder zur Hochschulleitung gehen, dass es heißt, geht mich nichts an Vermögen und Bau. Es ist wirklich schwierig, also ich, ich meine, das haben Sie herausgehört auch, ich bin frustriert, ich habe das Amt des Nachhaltigkeitsbeauftragten auch deswegen aufgegeben, weil ich frustriert war, weil ich mir gesagt habe, ich habe ohnehin so viel zu tun, auch mit meinem Institut und so weiter, ich habe nicht mehr die Zeit dafür, umsonst gegen irgendwelche Blockaden anzurennen. Und Sie haben gesehen, was ich jetzt mache. Ich habe mich auf die Revoluzzer-Seite begeben. Mal sehen, mal sehen, mal sehen, was sich da tut. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es vielleicht einmal eine Demo gibt von Studenten und dass sie einfach, was weiß ich, möglichst viele Studierende einmal eine Demo machen und dann das Rektorat blockieren, so lange, bis der Rektor rauskommt und dann tragen sie ihm ihre Forderungen vor. So wie das die Fridays for Future auch machen in der Stadt. Aber das und ich glaube schon, dass da auch die Masse hilft, weil wenn ein Student alleine einzeln kommt, das ist immer schwierig. Ich meine, das ist ganz klar, dass so ein erfahrener Rektor oder Mitglied der Hochschulleitung hat, immer Argumente parat und dann sagen, naja, was wollen Sie denn, wir machen doch schon und so weiter. Also da sollte man schon entsprechend Masse kommen. Herr Wolfgang, vielleicht darf ich da auch einen Kommentar dazu geben kurz. Ja, klar. Vielen Dank nochmal auch für deinen Vortrag. Mir hat er tatsächlich unter dem neuen Thema auch viel Spaß gemacht, so wie er ist. Tatsächlich glaube ich, genau wie du gesagt hast, es kommt ein bisschen darauf an, die Meinung zu bündeln. Die Studierenden haben ja Vertreter in allen möglichen Gremien, also sei es der Senat zum Beispiel. Und alle diese Gremien haben das gleiche Problem wie ich als Nachhaltigkeitsbeauftragter auch. Wir sind nämlich streng genommen nur für die Lehre zuständig. Wenn man das, das ist das letzte Mittel, das dann kommt, der Senatsbeauftragte für nachhaltige Entwicklung ist vom Senat bestellt und per se nur für die Lehre zuständig, für nichts anderes. Dafür wurde man nämlich bestellt. Aber aus diesen Gremien heraus kann man trotzdem, denke ich, den effizientesten Druck aufbauen. Und der Druck kommt jetzt schon an. Das gebe ich auch mit. Natürlich benutzt es auch selber der neue Hochschulfinanzierungsvertrag, das Finanzierungsgesetz, setzt die Einhaltung oder die Umsetzung von quantifizierbaren Nachhaltigkeitszielen voraus, um die volle Finanzierung abrufen zu können in Zukunft. Deshalb wird auch gerade darüber gesprochen, dann eine neue Stelle zu schaffen und vielleicht sogar einen Hochschulausschuss für Nachhaltigkeit zu gründen, der dann auch für den Rest und nicht nur für die Lehre zuständig wäre. Das heißt, im Moment glaube ich tatsächlich, also natürlich alle Art von Sichtbarkeit hilft, aber ansonsten hilft es eben natürlich auch, wenn Sie stark die in den Gremien vertretenen Studierenden motivieren, das dort einzubringen. Sei es für die Lehre, sei es für den Betrieb, zum Beispiel, wenn jetzt darüber diskutiert wird, wie wir für das nächste Semester Unterricht machen und wir gehen zurück in die Präsenz. Und es gibt Lehren, die wollen trotzdem was über BigBlueButton machen. Dann könnte man einen Online-Tag machen, man hätte 20 Prozent der Fahrten an die Hochschule gestrichen. Würde man das koordiniert machen, sodass alle Online-Lehre an einem Tag ist, wenn wir Präsenz haben. Das heißt, auch die Lehre könnte da direkt mit reinwirken. Und da glaube ich eben immer, je mehr man bündelt, desto besser. Genau, das wäre so das Ding. Und ich werde natürlich nächste Woche, ich habe zwei Vorträge, einen, der sich auf die Hochschule bezieht, einen, der sich nicht auf die Hochschule bezieht. Und ich werde da auch nochmal drauf eingehen, weil das sind genau die Probleme, die man hat und nur die Masse macht es. Ja, also das möchte ich auch nochmal unterstützen und auch Ihnen sagen, was jetzt bei dieser Klimakonsensgeschichte in Ravensburg läuft. Die Stadt, die kommt so langsam in die Pötte und das wäre niemals passiert ohne Fridays for Future. Das ist absolut sicher. Und wenn, dann wäre das alles viel langsamer gegangen. Aber man merkt genau, zum Beispiel wurde jetzt ein Klimarat sogar schon besetzt. Die Mitglieder stehen schon und es ging alles richtig flott. Und das haben wir dem Druck der Aktivisten zu verdanken. Also, und ich glaube, dass das bei uns an der Hochschule auch wirken könnte, wenn von studentischer Seite einfach ein bisschen Druck aufgebaut wird. Aber ich meine, ich weiß, das ist schwierig. Viele unserer Studierenden haben ein ziemlich stressiges Studium, jedes Semester, jede Menge Prüfungen. Und man hat vielleicht gar nicht die Luft, irgendwie an irgendwelchen Demos mitzumachen oder sich zu informieren über irgendwelche Geschichten. Aber das braucht es eigentlich. Und bitte denken Sie auch daran, es geht um Ihre Zukunft. Und da müssen wir halt einfach ein bisschen Zeit und Arbeit investieren. Ja, gibt es sonst noch Fragen? Was meinst du, Markus, mit alle mitmachen, nicht nur das Kämmerlein? Wenn jetzt die Ziele gesteckt werden, die sich die Hochschule stellen will, um diesen Rahmen für den Hochschulfinanzierungsvertrag zu erfüllen, dann finden wir natürlich Ziele, die wir erfüllen können. Ja. Wenig Aufwand. Die werden wir schon finden. Da bin ich überzeugt. Aber wenn eine größere Allgemeinheit sich an dieser Zielfindung eingeladen oder uneingeladen beteiligt, dann kommen vielleicht am Ende halt doch ein paar Ziele raus, die auch realistisch was bringen. Und nicht, weil das jetzt dieses Gesetz unbedingt vorschreibt, sondern weil wir uns entschlossen hätten, uns Ziele zu stecken, die reale Wirkung zeigen und fürs Gesetz helfen. Ja, ja. Also, dann haben wir prima Ziele, die wir leicht erfüllen können, dass wir ans Geld kommen, die aber nachhaltig gesehen einfach nichts bringen werden. Ja, ja, genau. Übrigens, Markus, als du das gesagt hast, dass die Gelder an irgendwelche Ziele und Maßnahmen geknüpft sind, habe ich mir sofort gedacht, ja, da, also wenn man will, denkt man sich irgendwelche Alibi-Maßnahmen aus und kriegt das Geld und es passiert dann nichts. Und da ist nochmal, ja, und da ist nochmal, da ist die Beteiligung der Studierenden immens wichtig, immens wichtig. Ja, gibt es sonst noch Fragen, Anregungen, Kooperationsprojekt, Ideen, was auch immer? So, Elisabeth A. von Umwelt AG, hoffen wir das? Ja, also, wir können nur hoffen, ja, klar. Okay, also, tschüss Markus. Okay, gut, ja, Frau Steger, ich glaube, dann sind wir durch. Es scheint keine weiteren Fragen zu geben. Ja, dann würde ich sagen, schließen wir und jetzt haben ja auch alle nochmal den Kontakt, beziehungsweise auch zum Klimacamp und vielleicht sieht man sich ja dann nochmal in dem einen oder anderen Rahmen, sei es an der Hochschule oder auch außerhalb. Genau, ja. Okay, ja, vielen Dank für die Beteiligung und bis hoffentlich demnächst mal wieder. Tschüss. Dass nicht allesễ heads, was ich bin Vors American. mày obviously schreiten. schreiten die Beteiligung, wenn du da was? Ja, ich mache dir. явlich wendlich, wenn du mal, wenn du da war Schaufst vor bist, dann geht es dir. Ja, ich mache es genauso schreiten.